Pizarro will in München bleiben. Claudio Pizarro vom FC Bayern München schließt ein Engagement als Nationaltrainer seines Heimatlandes Peru derzeit aus. Es würde ihm nicht gefallen, weil dieser Beruf viel Zeit verlange und er weit von seiner Familie entfernt sein würde, sagte Pizarro der Deutschen Welle. Obwohl der Vertrag des 36-Jährigen beim FC Bayern Ende des Monats ausläuft, sieht Pizarro seinen Lebensmittelpunkt weiter in der bayerischen Landeshauptstadt. München sei die Stadt, in der er bleiben will, das habe er schon entschieden, sagte Pizarro.